Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Jürgen von Ki-TRD und ich möchte dir heute zeigen, wie du Hautverunreinigungen mit Hilfe des Bereichs Reparaturpinsels und einen Zeichenstift Tablett mit nur einem ganz geringen Zeitaufwand herausfinden und beseitigen kannst. Bevor ich hier loslege, werde ich wie immer die Hintergrundebene mit STRG und J kopieren. Die ganzen Kommandos STRG sind auf MAC mit der Taste Option zu erreichen. Also immer wenn ich STRG sage, ist das auf MAC die Taste Option. Wenn wir jetzt mit der Maus arbeiten und den Bereich Reparaturpinsel auswählen, habe ich ja das Problem, dass ich ja hier für jede Verunreinigung meine Pinselgröße anpassen muss, denn sie sollte ja immer größer sein wie die eigentliche Verunreinigung. Zum Beispiel in dem Fall jetzt ungefähr so. Darauf gilt auch zu achten, dass ich eine wirklich weiche Kante habe, also 100% oder 0% Härte und dann, dass ich jetzt eben einen Verlauf von den Rändern her bekomme und jetzt kann ich das hier wunderbar retuschieren. Das ist überhaupt kein Problem, geht schon. Aber beim nächsten, gerade jetzt hier oder vielleicht bei dem hier, habe ich schon das Problem, dass ich jetzt hier in die Lippe reinkomme und unter Umständen werden mir jetzt hier Teile vom Mund hinein kopiert, die ich vielleicht gar nicht haben möchte. Den Schritt mache ich wieder rückgängig. So und zuerst müssen wir jetzt erstmal wirklich die ganzen Verunreinigungen hier in diesem Foto sichtbar machen. In der Ansicht sieht man das nicht so gut. Unter Kamerarohr gibt es ja den schönen Makelfinder oder in leichterem eben diesen Korrekturpinsel für die Marke zu entfernen. Aber wie wir bereits wissen, funktioniert der nicht so zuverlässig wie jetzt hier das Bereichs Reparaturwerkzeug und ich möchte mir die ganzen jetzt hier erstmal anzeigen lassen. Um mir die ganzen Verunreinigungen anzeigen zu lassen, benötige ich als allererstes eine komplett leere Ebene. Die erreiche ich hier unten mit dem neuen Ebenen erstellen, Symbol. Klick da einmal drauf und habe jetzt hier die Ebene 2. Danach benötige ich eine Einstellungsebene und zwar hier die Einstellungsebene schwarz-weiß. In schwarz-weiß muss ich einen Farbton verändern beziehungsweise zwei und zwar weil die Haut ja sehr viele Rottöne beinhaltet, werde ich jetzt hier den Rotanteil so ziemlich nach unten ziehen und du siehst schon, okay wir haben jetzt hier ganz ganz deutlich die Verunreinigungen sichtbar. Damit es noch ein bisschen besser kontrastreicher wird, werde ich die Gelbton noch ein bisschen nach oben ziehen und somit hätte ich die ganzen schon mal sichtbar gemacht. Eine kleine Bitte zeigt es dem Model bitte nicht, wie du das ganze herausfindest. Die Ansicht ist dann doch eher nicht so schön. Am besten du machst es dann, wenn dein Model nicht vor Ort ist. Okay, ich wechsle hier auf die Ebene 2 zurück und jetzt kann ich natürlich wie gehabt hier drüber zeichnen, aber ich habe hier immer das Problem mit der Größe. Ich zumal ein bisschen näher ran und gerade hier, der Fleck ist natürlich viel zu groß, wenn ich da jetzt drauf drücken würde. Da werden ganz andere Teile noch mit retuschiert, die ich gar nicht retuschiert haben möchte. Oder ist hier bei dem, müsste ich auch anpassen. Also ich müsste immer wieder neu anpassen mit der gedrückten Alt-Taste, rechten Maustaste, dann eben nach links oder nach rechts, je nachdem wie es eben haben möchte. Das ist mir viel zu aufwendig, das dauert viel zu lange. Aus dem Grund hat hier Photoshop eine schöne Funktion integriert. Wenn ich jetzt hier in die Pinselspitze hineingehe, gibt es hier unten die Größe Auswahl. Da klick ich einmal drauf und gehe jetzt hier auf Zeichenstift Druck. Zeichenstift Druck hat es den Vorteil, sobald ich jetzt hier mit leichten Druck auf eine Verunreinigung zeichne, wird die auch nur mit einer leichten Pinselspitze versehen. Sobald ich stärker drauf drücke, habe ich den vollen Umfang. Und das erspart mir unglaublich viel Zeit. Ich brauche nicht mehr hin und her wechseln. Ich brauche nicht mehr die Größe verändern. Das ist natürlich eine sehr, sehr tolle und arbeitserleichternde Funktion. Du kannst das Zeichenstift Druck auch hier rüber einschalten oder ausschalten, wie du es möchtest. Reinschalten. Ausschalten. Einschalten. Genau. Geht genauso. Jetzt habe ich noch ein bisschen das Problem, da ich jetzt nicht ganz genau weiß, wo hier immer die Mitte ist, weil der Kreis stört mich dann doch so ein bisschen, bräuchte ich da noch eine bessere Anzeige. Die Anzeige kriege ich hier rüber über Bearbeiten unter Voreinstellungen. Und in den Voreinstellungen gibt es den Menüpunkt Zeigerdarstellung. Und wenn ich jetzt den Haken hier bei Pinselspitze mit Fadenkreuz Anzeigen einschalte, auf OK gehen, habe ich ein kleines Fadenkreuz hier in der Mitte und ich weiß immer ganz genau, wo ich mich aktuell befinde. Und so kann ich es hier wunderbar bereinigen. So, ich glaube, das soll genügen, um das Ganze hier zu veranschaulichen. Ich habe das Model jetzt hier von allen groben Verunreinigungen befreit. Ich werde die Schwarz-Weiß-Ebene ausblenden. Jetzt haben wir hier ein doch sehr, sehr sauberes Hautbild. Wenn wir das Ganze vergleichen mit vorher und nachher, vorher und nachher. Und solltest du noch kein Zeichenstift-Tablet haben, kann ich dir nur empfehlen, dir eins anzuschaffen. Es gibt schon ganz gute Zeichenstift-Tablets mit 8192 Druckpunkten für unter 80 Euro. Ich habe dir da mal ein paar Links in die Videobeschreibung gepackt. Falls es dich interessiert, schlag doch da einfach zu, denn ich kann es dir nur einen Satz legen. Dadurch wirst du deutlich schneller, exakter und präziser arbeiten können wie mit einer Maus. Das soll es heute gewesen sein mit diesem kleinen Quick-Tipp. Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben, da da unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen, abonniere jetzt meinen Kanal und aktiviere die kleine Glocke daneben. Folge mir auf Facebook, folge mir auf Instagram, alle URLs dazu befinden sich in der Videobeschreibung. Besuch mich doch auch auf meiner Webseite. Dort befinden sich unzählig kostenlose Downloads für Photoshop und Lightroom. Teile dieses Video mit all deinen Freunden und empfehle mich weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Mach's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.